klaus schenk graf von stauffenberg es ist zeit daß jetzt etwas getan wird klaus schenk graf von stauffenberg war ein offizier und widerstandskämpfer im zweiten weltkrieg am 20 juli 1944 ließ er eine bombe im führerhauptquartier detonieren die bombe verfehlte ihr ziel und hitler überlebte noch in der nacht wurde er mit seinen vertrauten albrecht mertz von quirnheim friedrich olbricht und werner von heften erschossen seine frau nina und ihre vier kinder die in kinderheime gebracht wurden überlebten das fünfte kind kam erst nach seinem tod zur welt bis zum kriegsende waren sie unter strenger bewachung